Was fühlst du denn? Alles klar bei dir? Ich bin total cool. Aber es ist auch wegen der Wärme. Das ist unglaublich, diese Hübscher. 30 Grad. 27. Wenn nicht, fühle ich dann 35. Jetzt seh ich meine Pizzer noch nicht mal, das spiegelt noch. Soll ich mal mein Pullover ausziehen? Zieh dich aus, Thomas. Das ist so an die Tatsache. Dann lassen wir mal an. Dann kommen die noch und sagen, oh, hier Sanität. Ja, das wäre ja ganz schlau. Ich lachste nicht in den Kopf. So lustig war es noch auch. Das ist jetzt kein Video, ne? Scheiße. Scheiße.